Ein Tafelbesitzer packt aus und schießt gegen Markus Söder. Markus Söder hat sich an einer Tafel sozusagen bereit erklärt, dort Essen auszugeben und dort ist es zu einer ekelhaften Skandalsituation gekommen. Viele Twitter-User haben sich über ihn ausgelassen als Heuchler, der im Endeffekt die Wahrheit hier vertuschen will, der natürlich das Ganze alles schön redet und tut, als wenn die Politik etwas für die Tafeln und vor allen Dingen für die armen Menschen macht. Fünf Dinge, die dieser Tafelbesitzer hier ausgesprochen hat. Es sind tatsächlich fünf sehr erschreckende Dinge, warum hier leider noch kein Ende in Sicht ist und immer mehr Menschen von den Tafeln abhängig sind und welche Probleme dort existieren. Und gerade auch, was sich Markus Söder oder Skandalsöder, kann man sich mittlerweile hier auch sich überlegen als Titel, was er dort geleistet hat. Das ist einfach nur unfassbar. Bleib wie immer bis zum Ende dran und wenn dich das Thema interessiert, dann gerne auch abonnieren. Hier kommen täglich neue Videos. Mittlerweile werden nicht mehr alle empfohlen, weil wir auch provokante oder eben auch sehr kontrovers diskutierfähige Inhalte hochladen. Dementsprechend unbedingt auf das Kanalbild drücken und dann kommst du zu allen Videos, die wir heute auch hochgeladen haben und natürlich auch den vergangenen. Markus Söder hat sich damit gebrüstet. Er hat gesagt, er will zur Tafel gehen und an sich ist das ja nichts Negatives. Allerdings, die Umsetzung war natürlich wieder frevelhaft. Er hat 25.000 Euro als Spende für eine Tafel gegeben und viele User haben natürlich gesagt, okay, das ist eine Einmalzahlung, die natürlich einen Tropfen auf den heißen Stein darstellt, weil 20.000 von Leuten gehen dort wöchentlich hin. Das heißt, noch nicht mal 1 Euro hat man dort bekommen oder 1,20 Euro als Soforthilfe, wenn man so möchte. Die Tafeln können also damit relativ wenig auswirken bzw. bewirken und das macht natürlich die Situation schon sehr traurig. Und wir haben im letzten Video auch schon einen Kontakt hergestellt mit einem Tafel-Eigentümer, der einfach mal Tacheles gesprochen hat, ähnlich wie die Bäcker und Metzger, die momentan reihenweise Pleite machen oder jedes zehnte Unternehmen, das zumindest Bedenken hat, ob es überhaupt beim Winter noch die Pforten dicht machen muss bzw. produzieren kann, also auch der Blackout. Auch dazu wird es noch einige Videos hier in den nächsten Zeiten kommen. Der erste Punkt, was dieser Tafelbesitzer auch nochmal angesprochen hat, es gibt kein Ende in Sicht. Das heißt, die Tendenz und die Personen, die zur Tafel regelmäßig gehen, die nimmt weiter zu. Das heißt, wir sehen es momentan durch die Inflation, wir sehen es durch die höheren Energiekosten und wir sehen es an der katastrophalen Politik, dass sich momentan diese Situation nicht verändert. Diese Leute haben natürlich auch keinen Nutzen davon, irgendwelche Sachwerte zu kaufen. Die sind froh, wenn sie von Monat zu Monat überleben. Und gerade auch in vielen Dokus hat man einfach mal auch ausgerechnet, dass selbst bei den Sozialhilfeempfängern, aber selbst eben auch bei denen, die arbeiten gehen, immer wieder die Luft eng wird. Der zweite Punkt, wo er Klartext gesprochen hat, ist, dass viele Tafeln die neuen nicht mehr aufnehmen können. Also viele sagen, okay, jetzt ist Schluss, wir müssen die Läden erstmal zumachen und die, die eben drin sind, haben Glück und die, die draußen sind, die haben Pech. Das heißt, diese Begrenzungen, die sind zahlreich momentan vorgekommen und das war in der Vergangenheit und in den vergangenen Krisen noch nie so schlimm wie in der jetzigen Zeit. Der dritte Punkt, und das muss man sich bewusst werden, da spielen die Discounter auch eine wichtige Rolle. Nicht die ganzen Discounter, dass sie so begeistert sind von den Tafeln und dort dann eben immer wieder auch Lebensmittel spenden oder eben vor dem Müll sozusagen retten. Das ist ja meistens eher so, dass die einfach das wegwerfen, damit es eben nicht so eine Zweiklassengesellschaft gibt, die wir eigentlich schon längst haben. Und gerade auch dort gab es ja auch Urteile, dass die, die Container gehen, dass das illegal ist, dass man das nicht machen darf. Also es wird lieber hier in Deutschland einiges weggeworfen, als dass man es eben an Dritte weitergibt oder beispielsweise als Essensrettung ansieht. Man muss es ja nicht irgendwie dann auf die illegale Schiene machen, sondern der Discounter könnte ja überlegen, hey, wir spenden das lieber an die Tafeln. Das machen auch einige. Allerdings ist hier ein ganz, ganz großes Problem aufgetreten und das ist natürlich auch dem Zeitalter geschuldet. Wir haben künstliche Intelligenz, wir haben zunehmende Digitalisierung und wir haben Big Data. Und das alles sind drei Geschäftsgefälder, die natürlich dafür sorgen, dass immer mehr Discounter eine wunderbare logistische Meisterleistung in die Wege leiten, nämlich genau wissen, wie viel Nahrung sie kaufen sollen, was von welcher Verpackung sozusagen in welchem Regal stehen soll. Das heißt, das, was übrig bleibt, nimmt immer weniger beziehungsweise nimmt immer weiter ab. Das heißt, aufgrund von den aktuellen technologischen Fortschritt können die besser kalkulieren und das macht es natürlich für die Tafeln noch schwieriger, dass sie wirklich die Leute versorgen können. Der vierte Punkt, und das wird immer krasser, ist tatsächlich auch laut diesem Tafelbesitzer, er sagt, es gibt einige wenige, die sich leider momentan die Taschen vollstopfen. Also das beste Beispiel sind einfach Politiker, die dann einfach mal wie Habeck für 350.000 Euro einen Fotografen suchen. Wenn ich mir dann überlege, 25.000 Euro spendet man für die Tafel, aber 350.000 Euro kann man für einen Fotografen ausgeben, dann ist das natürlich zugegebenerweise auch nicht das Allheilmittel, diese 350.000 da lieber zu investieren. Aber es wäre zumindest eine bessere Botschaft, als in der jetzigen größten Krise aller Zeiten, wo die Armut immer weiter zunimmt, sich einen Fotografen für überteuertes Geld zu holen, der einen dann fotografiert, obwohl man als Politiker ja durch die Presse genug Fotos hat. Und da frage ich mich auch, ob er das für einen Instagram-Account nutzt oder Reichweite generieren will. Man weiß es nicht. Und ein letzter Punkt, und das sollten wir endlich mal verstehen. Ich kann es nicht nachvollziehen, warum die Politiker die Außenpolitik momentan auf Priorität einsetzen, aber die Innenpolitik momentan komplett ad acta gesetzt wird. Das Einzige, was ich dann irgendwie mitbekommen habe oder natürlich auch durch die Recherche, haben wir auch ein Video dazu gemacht, dass Bargeld immer weiter eingeschränkt wird, dass Geldscheine beispielsweise wertlos sein könnten ab einem gewissen Zeitpunkt oder aber, dass es Bargeld-Obergrenzen gibt. Also es sind tatsächlich immer nur die Gesetze oder die Punkte umgesetzt worden, wo man sich fragt, ja, inwiefern verbessert das denn die Situation von den Menschen, die im Alltag momentan unter diesem Kostendruck einfach zerdrückt werden. Also es ist tatsächlich mal wieder so, dass die Politiker genau einen anderen Pfad gehen und einige haben natürlich Markus Söder in diesem Zusammenhang auch vorgeworfen, dass es natürlich brechenbar ist, weil in einem Jahr die Landtagswahlen stattfinden. Also da dann auf gute Miene zum bösen Spiel zu machen und zu tun, als wenn man sozial eingestellt ist. Übrigens Markus Söder auch nicht dafür bekannt, dass er eben den Mindestlohn durchgedrückt hat, sondern im Gegenteil, er war Verfechter bzw. Gegner davon oder aber auch das Bürgergeld hat man abgeschmettert. Also man hat jetzt nicht unbedingt die Erwartung von Markus Söder, dass er sich hier für soziale Ungleichgewichtsbekämpfung einsetzt. Und genau das ist das Traurige. Eine Sarah Wagenknecht, die zumindest solche Ziele auch verfolgt und beispielsweise die Sanktionspolitik kritisiert und andere Wege geht, die hat jetzt natürlich viel Zuspruch von den Bürgern, aber wird von den Politiker, Freunden oder Feinden regelrecht bekämpft oder zerfleischt. Im letzten Video haben wir die fünf Prognosen von Frau Wagenknecht zusammengefasst und die haben Hand und Fuß beziehungsweise können auch gut begründet werden, warum es dazu kommen kann. Aber trotzdem hat man das Gefühl, die Politiker wollen ihre Meinung nicht verstehen, nicht nachvollziehen, noch nicht mal anhören. Und deswegen werden natürlich solche Schlammschlachten dann ausgepackt, dass ihr Mann ja irgendwie rechtsorientiert ist oder dass sie eine eigene Partei gründen will und die auch am rechten Rand sich bewegt. Also es wird die Nazikeule gleich ausgeholt und genau das zeigt einfach, in welcher Situation wir sind. Es werden also weiterhin noch mehr Menschen zur Tafel gehen. Es wird weiterhin die Armut steigen und mich würde es interessieren, wie du zu dem Thema stehst. Was kann man dagegen tun? Gerne auch mal deine Video-Vorschläge für die nächsten Themen in die Kommentare schreiben und wir sehen uns das nächste Mal hier auf dem Erfolgskanal.